Der Emden-TV-Adventskalender präsentiert von der Sparkasse Emden. Hallo und herzlich willkommen beim Emden-TV-Adventskalender. Heute haben wir zwei Pädagogen aus dem Bereich der Musikischen Akademie bei uns zu Gast. Sie macht die musikalische Früherziehung, leitet den Theatikchor. Er ist eine feste Größe in der Emden-Jazz-Szene. Die Rede ist von Christina Dahne und Arne Bonet. Gemeinsam spielen sie ein plattdeutsches Weihnachtslied von Jan Cornelius, Moje Wienacht, Christina Dahne und Arne Bonet. Gemeinsam spielen sie ein plattdeutsches Weihnachtslied von Jan Cornelius, Gerüchte fragst du dann, was hab ich da mit dir? O je wie noch ein gut mehr Jahr, mit Tagen und Nachtern, so nach Not und Gefahr, mit Tagen und Nachtern, so nach Not und Gefahr. So nach Not und Gefahr 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 Zo nach Not und Gefahr So nach Not und Gefahr So nach Not and Gefahr Christina Daniel und Arne Bonet, das war der MTV Adventskalender für heute. Bitte denken Sie daran, die Spendenaktion des Kinderschutzbundes für Kinder in Not in Emden. Weiterhin können Sie spenden über das Spendenportal der Sparkasse Emden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020